Ich kann jetzt auch noch mal kurz was über mich sagen, ich hatte früher einen Kanal, der wurde aber leider durch einen Freund, in Anführungszeichen Freund, gesperrt, also gemeldet, weil ich angeblich irreführende Inhalte verbreiten würde und da YouTube sowas einfach nicht kontrolliert und sofort, was ist denn das dort oben, Moment, das gucke ich mir kurz an und das einfach macht. Ok